Da bin ich nicht viel aufgelassen. Alter. Oh, da kommen mega viele. Ja, ich kann nicht raus, wenn alle 80 mal gegen die Tür drücken. Was für ein Clown. Jo, jetzt wo ich das gerade sehe, habt ihr mal Bock in den Heidepark mitzukommen? Also, ich hab ja noch die geilen 2 für 1 Tickets. Ich hab mir wieder Bock da hin, ist geil da. Ich auch. War da noch nicht. Der ist noch ein Minipack drin. Warst du noch nie, warst du noch nie im Heidepark? Nein. Nein? Loll. Wann waren wir im Heidepark, Alex? Ja, ich war das von der Schule schon. Ja, einmal. Wir waren immer an Schlaghaaren, oder wie das heißt. Schlaghaaren, du. Schlaghaaren heißt das. Schlaghaaren, oder so. Ähm, bitte. Ja. Schlaghaaren, ey. Schlaghaaren. Ich schlag den Haaren, ey. Das ist Axt. Leg'n Schlag zu, du Haaren. Ich hab'n Brandmoni, ne? Wenn du'n Haaren hast. Wir müssen unbedingt einen Zweck verdienen. Oh, guck mal, was ist das denn, Spiel hier? Indie-Game. Nur auf die Skelette, Bader, nur auf die Skelette. Nicht auf den ganz spröösen, fecken, äh, Kartonsalat. Lustig. Fällt mir. Nein! Kommen da Zombies? Oh, hinter euch, hinter euch, hinter euch! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Incoming! Oh Gott! Nein! Noll! In der Luft erwischt! Torben schießt schon wieder voll der Elle auf Alex. Aha, Alex war aus wie so'n Zombie. Aua! Liegen gelassen wird hier nichts. Liegen gelassen wird hier nichts. Ah, ah! Leun, Samu, Schwert endlich, ey. M16, jawoll. Auch mal. Droppen sie da alle ihre Akkern, ey. Bei mir ist sie... Mit dem Titanfall ist das Skin von CSGO und, äh... Star Trek. Hehehe. Ah, nice. Und das... Das selbe... Excited-Geräusch. Äh, lohnt nicht. Nicht drauf schießen. Sie kommen! Hier liegt Skar und sowas. Ah, Skars mit Burst, ne? Oh Mann! Das Kinderparadies! Eine Fahrt, nur eine! Lass mich auf die Achterbahn, einmal! Wer weiß, wenn du wieder hier bist! Oh Gott, der Dicke! Nice von dir, oder? Nice von dir, Junge! Und explodier! Explodiert? Oh, lol. Hörst doch auf! Verdammt! Ich hab voll was abgekriegt. Ja, Alex! Holt mal das unten auf! Ich hab meinen Kopf gekriegt. Vorsicht! Oh, boah! Hahaha! Ja, der komplette Mageninhalt von Yazi hier raus. Chuk, 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 chuk! Wurde rausgeschleuert. Okay, das dürfte erst mal reichen. Hier, Leute. Ja, hier, ganz böse Ziehse. Der ist ein Boomer. Brandmoni ist hier. Alter! Gönnt euch Brandmoni! Hilf, ich werd weggezogen! Ey, willst du dir? Aua, 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 Aua! Hey, what's the time? Alter, wie krassiert, ey. So ein Dirk. Ich hätte mein Samu-Schwert benutzen wollen. Ja, ja, das ist ja auch Samu, ey. Das ist Samu, ey. Rich, wie denn? Wo? Oh, hier im Gang. Ist das ein Safe-Raum, oder nicht? Ich hätte gesagt, wir haben einfach alles zusammen drauf. Ich hab noch Brandmoni. Ja, ich hab'n Molle. Ich hab'n Molle. Ich werf den. Go, go! Weil was? Was, was? Was? Es ging völlig an Torben vorbei. Ich hab'n Molle gerade am Loop. LoL, was, 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 was? Tot. Oh! Oh! Hier sind Waffen! Ich hab' nur ne Shotgun. Rohrbombe. Oh, ich dachte, hier wär' schon der Safe-Raum. Ich nehm'ne Rohrbombe. Ich nehm'ne Rohrbombe. Ich nehm'ne Rohrbombe. Geräusche tut. Hunter ist auf mir drauf. LoL. Deck hinter mir, Torben. Da drin ist auch noch ein Medi-Pack drin. Geht in der Garasse, Leute. Geht mal in die Garage hier hinten. Bist du ein Medi-Pack? Oh, ich nehm'n... ...bitter Munizier. Also, Torben, soll ich dich ihm hochressen? Ach so, da schon. Jo, hier liegt noch ne Gitarre. Nee, danke. Da sind wir die Kette. Jo, ich bin oben auf dem Dach. LoL, da ist ein Boomer. Willst du da so alleine rumlaufen? Jo. Ja, da möchte ich alleine rumlaufen. Das stört mich nicht. Dam, da, dam, dam. Da, dam, da, dam. Ein Boomer ist auf ihn geplatzt. Boomer ist jetzt hier im Eutern. Warum? Warum? Sonst alle auf mich gehen. LoL. Okay, die war wirklich fail. Ich dachte, da kommen mehr. Ja. Da ist ein Charter. Denken ist nicht wissen. Oh, wenn der runterrutscht. Da kommt meine Treppe. Oh, ich rutsch runter, ich rutsch runter. Tschüss. Mini-Game. Nian. Okay, wo muss ich hin? LoL, da hinten, da hinten, da hinten. Hier bei mir. Splittermonie. Kann der den Zaun kaputt machen, oder was? Splittermonie, da los. Unter dir. Boah. Der Splittermonie, Jungs. Habt hierhin geballert. Warte, Alex. Interessiert dich das nicht, dass dich die ganze Zeit einer angreift? Er hat noch einen Sack. Der ist auch noch ein Granat. Der ist auch noch ein Granatwerfer. Wenn jemand will. Aber ich find den persönlich nicht so geil. Ich auch nicht. Kennen wir den wohl. Meinst du nicht immer täglich jeder Tabletten rein? Jetzt brauch ich ein richtiges Stackungsmittel. Ich hab schon mal maximal. Oh Gott. Leute den Clown töten oder? Der lockt die Arme. Geh mal ein Stück weit. Kann man hier einfach runterspringen oder was? Jooo. Hab ich schon viel Spaß gemacht. Gar nicht egal wo. Loll. Hallo. Hallo. Also bereits alles aus dem Raus. Ja bis hier. Ich hab da drauf gedrückt. Jetzt aber schnell. Geh mal. Wie sowas passiert. Lolololol. Oh die hören das. Oh Gott. Hinter dir Torben. Guck nicht nach hinten. Was ist denn da? Nichts Gutes. Oh mein Gott. Hast du das Scheiße? Ist es wieder rein? Ist es wieder rein? Nein. Wir haben den Scheiß mal ausgestellt. Oh Gott. Panther. Es springt die ganze Zeit daneben. Es springt die ganze Zeit daneben. Not meus lanz点er nicht mehricosere. Innsbruck Juan Abende. Ja Klausosi. Ach, Mann. Nichts. Wer für die Sonne. Schöne. Naja. Voll 제대로���lang. Schönen Nacht. Bereiten meine Gute. Ich wünsche dir seinen Kn CJ auch. das war was haben kann wenn sie das schwert wir machen ein duell bei drei gegeneinander das war der epische bundes amuraischwert ja macht euch jetzt alle hier rein los das war so behindert ich sehe noch einen witz zicke 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 wenn du mich einmal anschließend schießt ich mich auch an allgemeine abwehr allgemeine blatt schulden blatt schulden kennt ihr das wenn ich in der schule von jemandem blatt ausseite habt ihr blatt schulden bei dem soja ja das sehen wir so ausgerüstet wie man auf dem film sein würde dann haben wir am ende des jahrs aber drei blöcke geschenkt fertig so einfach ein fenster öffnen das ist dermaßen warm hier und bei uns so hier 11 so warum weiter so hier ist noch ein medikett da können sie alex noch verbringen ja mach ich ah ne kevin nationierig hast du dich gerade eben mit halbem leben aufgehen man schält heute ist kusin lieb kusine ich ja warum damit du nichts trägst ne ich hatte auch nur noch wenig hatte nur noch zehn oder so schießt den clown ab wir müssen übrigens links rum klauen 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 wir müssen übrigens links rum du hast recht rechts ist alter alter rechts ist da rechts ist da links books Gesund rechts 코 rechts kings rechts rechts ți し Hat birth rechts hat rechts